Lebendig wie tausend kleine Tropfen, klar wie die forstige Luft, frei wie der wehende Sturm. Das ist mein Zuhause. Kostbar und so schützenswert. Was, wenn wir unsere Produktionsabfälle nicht nur reduzieren, sondern in den Kreislauf zurückführen könnten? Wir haben einen Weg gefunden, gebrauchten Produkten einen neuen Sinn zu geben. Zusätzliche Ressourcen sind nicht mehr nötig. Ganze Produktionsprozesse werden eingespart. Der Lebenszyklus von Produkten erhält eine neue Bedeutung. Gleichzeitig bleiben Qualität und Leistungsfähigkeit auf höchstem Niveau. Das ist ein völlig neuer Weg. Das ist unser Weg. Texapur Ecosphere. Jack Wolfskin. Draußen, zu Hause.